Da vorne rum. Nach Schannenbach wollen Sie. Das kann ich Ihnen ganz genau und einfach austeieren. Folgendes, Sie fahren da unten, oder besser dort vorne rüber, das heißt, der kürzeste Weg wäre natürlich, jetzt passen Sie auf, Sie drehen rum und fahren zurück, wo Sie hergekommen sind, also zum Ortseingang. Beim ersten Haus bis es hat beim letzten von da aus gesehen bis rechts, also praktisch links ab. Aber weil ja heut Sonntag ist, ist die Straße nach Schannenbach durch der Wald gesperrt. Sie fahren in Oberhambachs Rigg bis ans Schneires, dort geht's dann ein Glasstückl Buckelnuff, ein Stückwegs landwirtschaftlich genutztes Schottersträßchen. Sie ist eigentlich nicht von den Bauern zugelassen. Das wird aber bei uns nicht so genau genommen. Dann kommen Sie automatisch am Schuss des Josef, so im Dickriefenacker vorbei und dann, aber Sie können sich sicher nicht aus, gell, dann geht's nicht. Es wär halt ein kürzester Weg gewesen. Also gut, wir gehen auf Nummer sicher. Passen Sie acht, ganz einfach. Folgendes. Sie drehen nicht rum, Sie fahren nicht da an und nicht da vorne nunne und nicht da hinten rüber. Sie fahren da hinten nunne, grad so, wenn Sie nach Herberm Roy fahren wollten. Und dann holen Sie sich immer grad aus. Aber Sie können sich scheuen's überhaupt nicht aus, gell. Ei, 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 ist das ein Problem. Ja, waren Sie noch gar nie in unseren Gehend. Sie, da muss ich überlegen, nicht, dass ich Ihnen was falsch sag. Jetzt hab ich's. Es ist mir auf einmal alles klar. Folgendes. Sie fahren gleich da vorne rum, und dann fragen Sie vorsichtshalve noch einmal. Heimat ist dort, wo die Leute so gut verstehen, dass man manchmal schon beim Pappeln merkt, es wär besser gewesen, wenn ich ins Maul geholt.